Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Ja, Schiller! Ja, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ist das dein Code? Sagen Sie, Schiller, wann bekommen wir denn eine Aufklärung darüber, was zwei Schrägstriche bei seinem Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, sie und ich, noch zu Lebzeiten einer anderen Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, wir dringen! Du hast doch mal mehr Trotto-Mariage und D'Angers hier, oder? Könnt ihr denn schwimmen? Nein! Das ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glücklich, dass es war, wie Sie beide. Das sieht man selten. Wer ist denn das? Thomas! Die beiden hatten einen Schwur, alles wollten wir teilen. Er gehört doch zu mir! Es ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wiedergesucht hat. Es ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wiedergesucht hat. Er ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wiedergesucht hat.